Stimmt der Weißabgleich? Stimmt er? Stimmt er nicht? Sitzen die Haare? Sie sitzen. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Vielleicht hat der eine oder andere schon länger darauf gewartet. Und heute traue ich mich endlich mal dieses Video anzufangen. Heute schauen wir uns das Tutorial an zur Insta360 ONE X2. Das ist dieses Stück hier, der Autofokus. Jetzt läuft er wunderbar. Das ist eine 360-Grad-Kamera und diese wurde mir vor einiger Zeit gesponsert. Und ich habe mittlerweile echt so richtig coole Sachen rausgefunden, was man damit machen kann. Nicht nur für meine Reviews, dass ich dieses Teil oben auf meine Kamera machen kann mit dem unsichtbaren Selfie-Stick. Und quasi, dass es immer so aussieht, als hätte ich eine Drohne über mir. Richtig cool. Was ihr in der Nachbearbeitung alles für Möglichkeiten habt. Es ist unglaublich. Und ich möchte natürlich auch mein Wissen mit euch teilen, wie dieses Teil überhaupt funktioniert. Wie man die Sachen... Es ist ja jetzt nicht ein ganz einfaches Video, was man einfach irgendwo reinschneiden kann. Sondern man muss ein bisschen damit spielen in der Nachbearbeitung. Ich möchte euch jetzt quasi zeigen, wie man das Zeug später noch in der Nachbearbeitung verwenden kann. Was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist jetzt quasi so ein Tutorial für alle Leute, die so eine Kamera das erste Mal in der Hand halten. Ich versuche nichts zu vergessen. Es gibt ja mehrere solche Tutorials auf meinem Kanal, wenn es zum Beispiel um die GoPro geht. Und heute schauen wir uns eben an, wie die hier funktioniert. Wir fangen mit den ganz einfachen Sachen an. Akkuwechsel, Aufladen, Speicherkarte raus. Die ersten Steps hier auf dem Display. Da ist er. Und Stativgewinde haben wir auch. Wie man sowas am besten verpackt, damit die Linsen nicht zerkratzen. Wir schauen uns die App an. Und wenn es am Ende tatsächlich noch irgendwelche Fragen gibt, die noch ungeklärt sind, verzeiht es mir. Stellt sie einfach als Kommentar unter dieses Video. Falls ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Produkt über den Link in der Videobeschreibung kauft. Und ansonsten war noch irgendwas. Falls ja, folgt mir auch auf Telegram und auf Instagram und jetzt viel Freude. So, ich habe jetzt mal einen anderen Autofokuspunkt gewählt und hoffe, die Kamera stellt das jetzt genau scharf. Genau, das hier wollen wir sehen. So bekommt ihr quasi die Kamera geliefert. Und als allererstes müsst ihr den Akku einlegen, wenn er nicht eingelegt ist. Ich weiß es gar nicht mehr, als ich die Kamera ausgepackt habe, was da Sache war. Auf jeden Fall habt ihr hier diese zwei Schalter. Kamera stellt scharf. Sehr gut. Und hier oben den anderen Schalter. Wenn ihr den Akku einlegen möchtet, dann müsst ihr darauf achten, dass hier kein Orange oder kein Rot mehr zu sehen ist. So wie jetzt gerade. Weil sonst ist der Akku nicht richtig verriegelt. Das wollt ihr natürlich nicht. Um den Akku reinzusetzen bzw. rauszunehmen, müsst ihr quasi mit euren Fingern diese zwei Hebel nach unten drücken. Die da und den da. Und da ist der Akku. Und hier drinnen ist in der Regel noch keine Speicherkarte, wenn ihr die Kamera kauft. Allerdings habe ich jetzt hier eine drinnen. Die wird da eingelegt. Und zwar mit der bunten Seite. Ich habe jetzt hier so einer drin. Das ist eine SanDisk Extreme 256 GB. Die packe ich euch natürlich auch als Link in die Videobeschreibung. Und die muss quasi mit dieser farbigen Seite hier in diesen Slot eingelegt werden. Und da muss einmal fest drauf gedrückt werden. Um die Karte jetzt wieder rauszuholen, müsst ihr nochmal kurz drauf tippen. Und da ist so ein Sprungmechanismus drin. Und dann könnt ihr die Karte wieder rausholen. Sie soll jetzt mal drin bleiben. Den Akku wollen wir jetzt auch einlegen. Ihr seht hier unten sind Pins. Hier sind auch die Pins. Also müssen wir den Akku so einlegen. Drückt fest da drauf. Und jetzt seht ihr das, was ich euch zeigen wollte. Hier ist noch ein bisschen orange zu sehen. Das heißt, der Akku ist noch nicht verriegelt. Aber jetzt. Hier oben ist noch eine extra Lasche. Die könnte ich euch jetzt auch aufmachen. Das mache ich natürlich auch. Und da finden wir einen USB-C Anschluss. Und darüber könnt ihr die Kamera natürlich auch aufladen. Ein Kabel ist dabei. Ich glaube, ein Netzteil war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es jetzt besser, wenn ihr die Kamera gerade erst ausgepackt habt. Ansonsten nehmt ihr einfach das Netzteil von eurem iPad, von eurem iPhone zum Beispiel. Oder könnt ihr natürlich auch einen Rechner aufladen. Oder was weiß ich. An eurem Samsung-Netzteil. Völlig egal. Hauptsache USB-C. Dann machen wir die Lasche wieder drauf. Gucken, dass ihr nichts Orangenes seht, wie jetzt hier in diesem Video zu sehen. Um diese Kamera herum sind einige Mikrofone. Hier ist eins. Und da ist eins. Ich muss mal gucken. Hier vorne ist eins. Das kleine Loch da. Und das hier auch eins. Und auf der Seite ist auch ein kleines Mikrofon. Und das hier sind die Lautsprecher, wenn mich nicht alles täuscht. Das hier ist das interne Mikrofon der Insta360 One X2. Es ist heute wirklich kalt und es ist auch relativ windig, muss ich sagen. Also die beste Möglichkeit, um das Mikrofon zu testen. Denn bei Wind merkt man dann wirklich, wie gut eine Kamera das Audio rausfiltern kann. Um diese Kamera einzuschalten, müsst ihr diesen Knopf hier für ca. 2 Sekunden drücken. 2 Sachen, nee, sorry, 3 Sachen, die ihr unbedingt für diese Kamera kaufen solltet. Einmal den Mikrofonadapter, was ich ziemlich genial finde ist. Also nur mal so, by the way, hier ist USB-C. Okay, und danach komme ich zu dem genialen Part. Und hier ist Klinke. Das Teil kommt einfach an der Seite in den USB-C-Connector rein. So. Und dann könnt ihr ein externes Mikrofon anschließen. Für eine deutlich bessere Audioqualität als das interne Mikrofon. Ja, das kann ich immer empfehlen, auch bei der GoPro. Nur der Unterschied ist, bei der GoPro kostet dieses kleine Ding, ja, ihr könnt es gleichzeitig aufladen. Und das geht bei dem hier nicht. Kostet das, glaube ich, so um die 60, 70 Euro. Unverschämt. Und hier kostet es, glaube ich, 12 oder 13 Euro. Super Preis-Leistungsverhältnis. Eine weitere Sache, die ich zu dieser Kamera auf jeden Fall empfehlen kann, ist der unsichtbare Selfie-Stick. Und zwar, warum kann ich den empfehlen? Weil ihr den ausklappen könnt. Und es ist genau bei diesem Selfie-Stick, den ignoriert die Kamera. Der ist nicht sichtbar. Wenn ihr also schon mal so Aufnahmen gesehen habt, wo Leute irgendwas um sich herum halten, aber ihr seht nicht, was es ist, dann war es gefilmt. Oder dann wurde es gefilmt mit der Insta360. Und so einem unsichtbaren Selfie-Stick, den kann ich nur jedem empfehlen. Und für alle Review-Menschen da draußen oder auch, was weiß ich, Wildlife-Fotografen, die sich selber bei der Arbeit filmen möchten, weil vielleicht nicht immer jemand dabei ist, unbedingt das hier dazukaufen. Das hier ist ein Adapter. Den könnt ihr auf euren Kamera-Blitzschuh packen. Und zwar auf jeden da draußen. Egal, ob Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fuji oder was weiß ich. Und dann macht ihr den Selfie-Stick hier oben drauf. Den bringt ihr an der Insta360 an. Könnt es ausklappen. Das packt ihr jetzt auf euren Blitzschuh. Und dann habt ihr quasi so eine kleine Mini-Drohne um euch herum, die euch filmt. Aber ihr seht den Selfie-Stick nicht. Tada! So mache ich auch viele meiner Videos. Also jetzt habe ich so ein bisschen Geheimnis ausgepackt. Ich habe es noch bei keinem anderen YouTuber da draußen gesehen. Ich schaue auch nicht so viel YouTube, wie ich selber produziere. Und das so als kleiner Tipp am Rande. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Links in der Videobeschreibung. Ich habe übrigens gerade noch Folgendes rausgefunden. Es gibt den Mikrofon-Adapter. Das ist dieser hier mit USB-C, dass ihr das Gerät gleichzeitig aufladen könnt. Und hier habt ihr dann den Mikrofon-Adapter. Also, das war mir nicht bewusst. Deshalb hier die Korrektur. Und ich glaube, der ist etwas teurer. Aber ich wollte euch nur mitteilen, dass es den auch mit USB-C gibt. Das bedeutet, ihr könnt die Kamera gleichzeitig aufladen. Und man mag es kaum glauben, aber das Ganze für nur 25 Euro. Jetzt sagt ihr, puh, das ist aber ganz schön teuer für so einen Adapter. Und ich sage, wenn man so einen Adapter mit den Preisen von GoPro vergleicht, dann kostet der nur ein Drittel so viel wie die Sachen von GoPro. Also, großes Lob hier an Insta360. So, ich weiß, es spiegelt jetzt hier von allen Seiten. Aber das hier ist der Rahmen, den ihr euch auch noch dazu holen könnt, solltet, wenn ihr ein externes Mikrofon nutzen möchtet. Denn hier habt ihr die Cold Shoes. Das bedeutet, wenn ihr ein externes Mikrofon anbringen möchtet, dann mit diesem Rahmen hier. Das hier ist die Insta360 ONE X2 auf einem Mini-Stativ. Einfach, um euch das Ganze jetzt mal näher zu bringen. Auf der rechten Seite, wie eben schon gezeigt, haben wir den Ein- und den Ausschalter. Den drücken wir jetzt für zwei Sekunden. Dann hört ihr so ein kleines Dü-dü-dün. Und dann sind wir schon im Startbildschirm. So findet ihr dann die Kamera vor, wenn ihr sie das erste Mal einschaltet. Ich stelle mal das Pflänzchen hinten um. Sieht ein bisschen schöner aus. Und was habt ihr für Optionen? Speicherkarte liegt drin. Tippe ich jetzt einmal hier drauf. Dann nimmt die Kamera auf. Da steht jetzt Aufnahme beginnt. Und jetzt habt ihr hier zwei Symbole. Wenn ich hier drauf tippe, seht ihr quasi das, was auf der anderen Seite ist. Und euch selber. Bei mir ist es jetzt ein bisschen dunkel. Deshalb seht ihr unten nur so ein kleines dunkles Feld. Und hier läuft die Zeit, wie lange wir schon aufnehmen. Hier oben habt ihr zwei Anzeigen. Auf der linken Seite ist der Akkustand. Eine Speicherkarte liegt drin. Und mit der aktuellen Auflösung und der aktuellen Bildrate können wir noch zwei Stunden und 58 Minuten aufnehmen. Tippe ich jetzt hier drauf. Endet die Aufnahme. Es dauert einen Augenblick. Ich tippe nochmal drauf, weil ich euch noch was zeigen möchte. Wir beginnen also wieder mit einer Aufnahme. Und jetzt mache ich folgendes. Ich tippe hier mal auf diesen Kreis drauf. Und jetzt seht ihr quasi euch. Wir haben jetzt quasi nur die Linse gewechselt. Von der Seite auf die Seite. Er nimmt nach wie vor 360 Grad auf. Allerdings sehen wir jetzt eher uns. Ich könnte das auch wieder zurückstellen. Jetzt sehen wir wieder den Tisch. Und jetzt sehen wir wieder uns. Aber aufnehmen tut die Kamera 360 Grad. Ich kann jetzt auch folgendes machen. Wenn ich wissen möchte, was ist denn jetzt hier drüben. Dann könnte ich einfach die Kamera bzw. den Bildwinkel mir so verstellen, dass ich genau diesen Teil hier drüben sehe. Das ist natürlich richtig fancy. Ich tippe auf Stopp. Es dauert einen Augenblick. Je schneller die Speicherkarte, desto besser. Meine Speicherkarte findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Gehen wir ins Menü. Einmal von oben nach unten wischen. Und so sieht das ganze Menü schon aus. Relativ simpel. Oben links drauf tippen. Das ist die Bildschirmhelligkeit. Je geringer, desto länger hält der Akku. Je weiter oben, desto kürzer hält der Akku. Ich stelle mir das wieder so ein, dass es genau gepasst hat für uns. Ist wie beim iPhone. Wenn ihr jetzt zurück tippt, dann seid ihr wieder auf dem Bildschirm. Ich könnte hier oben auch den Touchscreen, also das Display sperren. Jetzt kann ich quasi nichts verändern, außer ich bewege dieses Schloss wieder nach oben und gehe zurück ins Menü. Ihr seht, das Schloss ist jetzt offen. Deshalb können wir weiter im Menü arbeiten. Hier unten, wenn ihr da drauf tippt, das ist die LED-Anzeige, kann recht interessant sein, wenn ihr vielleicht im Geheimen eine Aufnahme macht. Nehmen wir mal an, ihr wollt euren Garten aufnehmen und die Kamera steht irgendwo in der Mitte von eurem Garten. Ist vielleicht verbunden mit eurem Smartphone und ihr wollt einfach den Garten beobachten. Und wenn jetzt da unten natürlich die kleine LED blinkt, beziehungsweise dauerhaft leuchtet, dann sehen natürlich andere Leute auch, da ist ja irgendwas. Und hier unten könnt ihr sie quasi ausschalten. Ich lasse jetzt einfach mal zu Demo-Zwecken an. Quick Capture ist an. Quick Capture bedeutet, dass wenn ich jetzt die Kamera ausschalte, das zeige ich euch mal. Um die Kamera auszuschalten, einfach an der Seite drauf tippen für zwei Sekunden. Dann steht hier Insta360, schaltet aus und jetzt ist die Kamera aus. Ich habe euch ja eben gezeigt, dass um die Kamera einzuschalten, müssen wir an der Seite zwei Sekunden tippen. Oder, weil jetzt Quick Capture an ist, also schnelle Aufnahme, tippe ich einfach zwei Sekunden hier drauf. Ihr seht, die LED geht an und die Aufnahme beginnt jetzt schon, ohne dass wir die Kamera anmachen mussten, separat. Tippe ich hier wieder drauf. Aufnahme endet. Und jetzt schaltet sich die Kamera automatisch wieder aus. Das bedeutet, wenn ihr darauf angewiesen seid, dass ihr mit eurem Akku sehr sparsam umgeht und nur aufnehmen wollt, wenn es genau gerade passt, dann könnt ihr das Quick Capture nutzen, weil, ja, einfach drauf tippen, Kamera nimmt auf, wieder drauf tippen, Kamera geht aus und dem einen oder anderen gefällt es eben vielleicht so besser. Schalten wir die Kamera wieder an, zwei Sekunden an der Seite drauf tippen. Und dann schauen wir uns die anderen Menüpunkte an, von oben nach unten. Und jetzt seht ihr hier oben zwei kleine Punkte. Das bedeutet, wir befinden uns jetzt auf der Seite vom Menü, also links, weil der blaue Punkt da oben ist. Und jetzt machen wir mal folgendes. Wir gehen einfach mal rüber. Und jetzt wird es cool. Da muss ich wirklich sagen, ich nehme meinen Hut ab vor dieser Firma Insta360. Da macht ihr wirklich was Fortschrittliches, denn ihr könnt diese Kamera mit euren Airpods verbinden, mit euren Apple Airpods. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Samsung oder Sony Headsets auch funktionieren, weil ich keins habe. Falls jemand von euch das ausprobiert haben sollte mit anderen kabellosen Kopfhörern, schreibt es gerne als Kommentar in die Videobeschreibung. Und ich gebe euch dann ein Herz dafür und vielleicht fällt es dem einen oder anderen dann auf, falls er sich die gleiche Frage gestellt hat. Ihr könnt nämlich diese Kamera verbinden mit euren kabellosen Kopfhörern, in dem Fall halt die Airpods. Und dann nimmt die Kamera auch das Mikrofon von den Airpods, was natürlich spitze ist, weil ihr dann deutlich näher mit eurem Mund am Mikrofon seid. Ihr könnt durch die Stadt laufen, könnt euch selber vloggen, könnt eine Geschichte erzählen und habt immer den gleichen Ton. Das ist natürlich richtig krass. Quasi einfach hier oben drauf tippen. Ich war schon mal verbunden mit der Kamera, deshalb sucht sie quasi jetzt nach meinen Airpods. Falls ihr das das erste Mal macht, einfach da drauf tippen, dann sucht die Kamera danach. Und dann müsst ihr das wie bei eurem Smartphone auch machen, hinten auf die kleine Ladebox von euren Airpods tippen. Und dann hat ja euer Smartphone angezeigt, oh, da befinden sich jetzt Kopfhörer, wollt ihr euch verbinden? Ja, verbinden. Und so funktioniert das hier im Grunde auch. Hier unten ist noch mein Monitor, den könnte ich jetzt vielleicht sogar auch verbinden. Das wäre natürlich richtig krass. Und ich gucke mal, ob bei mir am Monitor was angezeigt wird. Ich probiere es jetzt auch hier nicht länger, weil ich meinen Monitor nicht unbedingt verbinden möchte. Hier oben, das ist ein Mikrofon-Symbol. Und hier habt ihr zwei Optionen. 360 Grad Richtfokus. Das bedeutet, er nimmt alle Mikrofone, die er hat. Oder Windreduzierung. Wenn ihr zum Beispiel starken Wind habt, dann filtert er den Ton anders. Ich kann es euch nicht 100% sagen, was dann passiert. Allerdings seht ihr schon, wenn ihr, also ich vermute jetzt zumindest mal, wenn sehr starker Wind draußen ist, nutzt am besten das. Und wenn es nicht so windig ist, dann benutzt ihr den oberen Punkt. Gut, das hier ist die Sprachsteuerung, denn diese Kamera könnt ihr auch mit Sprachbefehlen steuern. Nehmen wir an, ihr seid auf der Piste, ihr habt dicke Handschuhe an und ihr könnt die Kamera sehr schlecht bedienen. Dann macht so eine Sprachsteuerung Sinn. Gehen wir hier unten auf die Einstellung, müssten sogar bei Sprachsteuerung die Befehle drinstehen. Sprache für Sprachsteuerung, das ist nämlich noch ganz wichtig. Ihr könnt unterschiedliche Sprachen auswählen. Einmal Englisch und einmal weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich noch nicht das neueste Update drauf habe auf der Kamera. Und deshalb werden mir nur diese zwei Sprachen angezeigt. Dann belassen wir es mal mit Englisch und hier unten sind dann die Sprachbefehle. Könnt ihr nachgucken, was ihr sagen müsst, um der Kamera einen Befehl zu geben. Zum Beispiel, wenn sie ein Foto machen soll, take a photo. Start recording, stop recording, mark that shutdown camera. Also hier gibt es... Und dann schaltet sie sich auch schon aus. Also es funktioniert tatsächlich sehr gut. Ich meine, so viele Sprachbefehle gibt es nicht. Die kann man sich leicht merken. Nur einschalten geht, glaube ich nicht, oder? Start camera. Camera on. Ne, sowas funktioniert leider noch nicht. Das würde aber auch bedeuten, dass die Kamera euch die ganze Zeit zuhört. Egal, was ihr sagt. Das wäre ein bisschen creepy. Also scrollen wir wieder von oben nach unten. Einmal nach rechts. Ihr seht, Sprachbefehle funktioniert. So könnt ihr sie wieder deaktivieren. Um sie wieder zu aktivieren, steht dann hier unten einfach on. Hier gehen wir jetzt noch auf die Einstellungen. Gucken, was wir hier für Optionen haben. Kamera Info. Das ist der Kameraname. Die Firmware 1.0.9. Kann also sein, dass ich eine alte Software noch drauf habe. Falls wir dafür ein Update finden, schauen wir gleich nach. Und dann zeige ich euch natürlich auch, wie ihr die Kamera updaten könnt. Video Kompression. 360 Grad Video. Und dann könnt ihr auswählen, ob ihr in H.264 oder H.265 aufnehmen möchtet. Wer genauere Informationen über die Codex wissen möchte, dazu stehen jede Menge Informationen im Netz. Steadicam Video. Hier gibt es auch wieder zwei Optionen. H.265 oder H.264. Gucken, was ich hier ausgewählt habe. Ich nehme jetzt mal den H.265. SD-Karte. Ich habe eine 128 GB MicroSD-Karte drin. Davon sind 1 GB in Benutzung. Und wenn ich jetzt auf Formatieren klicke, lösche ich quasi alle Dateien von der Speicherkarte. Ich sage jetzt erstmal Nein, gehe wieder zurück. Sprachsteuerung hatten wir uns eben gerade schon angeschaut. Hier gibt es den Bildschirmschoner. Da kann ich mir einstellen, ab wann die Kamera den Bildschirmschoner aktivieren soll, um zum Beispiel Energie zu sparen. Entweder, was steht denn bei Timer? Ah ja, seht ihr? 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 3 Minuten. Ich lasse es halt auf 3 Minuten, weil mich das bei meiner Albert eher nervt, wenn ich dann einen Bildschirmschoner da habe. Während der Aufnahme, das könnt ihr auch aktivieren. Dass ihr nicht in den Standby gehen wollt oder dass sie automatisch in den Schlafmodus geht. Ich sage jetzt aber trotzdem kein Standby, weil ich das nicht möchte. BT Fernbedienung. BT steht für Bluetooth. Wenn ihr also eine Fernbedienung habt für die Insta360 ONE X2 einfach hier drauf tippen. Die Kamera sucht dann automatisch nach einem äquivalenten Bluetooth-Gerät und das könnt ihr dann mit der Kamera verbinden. Schauen wir uns noch allgemein an. Gyro-Kalibrierung. Wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwie die Kamera schief aufnimmt, bitte senkrecht auf den Boden stellen. Nicht so wie ich jetzt quer. Dann einmal dieses kleine Symbol nach vorne schieben und dann kalibriert sich die Kamera neu, damit euer Bild richtig ausgerichtet ist. Musste ich bis jetzt noch nicht machen, also keine Sorge. Sprache. Gibt es jede Menge Auswahlmöglichkeiten. Ihr seht selbst, ob da eure passende Sprache dabei ist. Ich belasse das Ganze jetzt mal auf Deutsch. Und gehe wieder zurück. Antiflicker ist interessant, wenn ihr zum Beispiel unter künstlichem Licht aufnehmt. Zum Beispiel irgendwelche alten Röhren oder LED. Dann kann es sein, dass das Bild manchmal so flackert. Um das zu vermeiden, könnt ihr zwischen 50 und 60 Hertz wählen. Wenn mich nicht alles täuscht, in Europa 50 Hertz, USA 60 Hertz. Ich habe es jetzt auf Auto, weil ich da noch keine Probleme mit hatte. Und die Kamera ist jetzt schon ein halbes Jahr bei mir in Besitz. Automatische Abschaltung habe ich jetzt ausgewählt nach 5 Minuten. Ihr könnt aber auch auswählen nie, wenn ihr die Kamera zum Beispiel am Dauerstrom habt. Zum Beispiel über eine Powerbank und die steht bei euch im Garten und ihr wollt irgendwas beobachten. Oder einen längeren Timelapse machen. Oder euch, was weiß ich, nach einer halben Stunde wieder mit eurem Smartphone verbinden. Weil ihr sagt, so jetzt ist die passende Möglichkeit irgendwas Spezielles aufzunehmen. Dann könnt ihr der Kamera eben sagen, bitte nie ausschalten. Systemton, das ist dieses Ding, wenn die Kamera quasi an und aus geht. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, aus. Schalten wir mal die Kamera aus. Und jetzt hört ihr diesen Ton nicht mehr, falls der euch nervt. Oder zum Beispiel, wenn ihr eine Aufnahme startet, dann hört ihr den auch nicht mehr. Um die Kamera wieder einzuschalten. Zwei Sekunden auf die Seite drauf tippen. Einmal von oben nach unten scrollen. Unten rechts. Und wir waren gerade bei allgemein. Systemton. Den machen wir jetzt wieder an. USB-Modus. Interessant, wenn ihr die Kamera zum Beispiel mit eurem Computer oder Notebook verbinden möchtet. Einfach auf Desktop-Modus auswählen. Wenn ihr die Kamera zum Beispiel als Webcam nutzen möchtet, vielleicht für ein Business-Meeting oder so, dann könnt ihr unten Webcam auswählen. Die passenden Programme findet ihr dazu, beziehungsweise die passende Anleitung auf insta360.com. Wenn mich alles täuscht, oben bei Software oder Apps. Schaut mal rein. Sehr interessant. Wenn zum Beispiel sechs, sieben Leute an einem Tisch sitzen und ihr eine Konversation miteinander habt oder ein Podcast oder ihr macht eine Studiotour bei euch, vielleicht im Fotostudio. Habt nur diese eine Kamera, stellt ihr in die Mitte, macht einen Livestream. Könnt der Kamera immer sagen, hier bitte jetzt diesen Ausschnitt zeigen oder den Ausschnitt. Und wenn mich nicht alles täuscht und ihr das geschickt macht, könntet ihr sogar das Motion-Tracking für euch selber aktivieren, dass quasi immer ihr gezeigt wird und nicht dieser 360-Grad-Raum. Zurück geht es immer so. Und dann seht ihr unten dieses kleine Häkchen. Das bedeutet, um jetzt aus diesem Menü rauszukommen, schieben wir diesen Haken nach oben. Wir haben links und rechts und unten auch noch Haken. Ich gehe jetzt mal von links nach rechts, denn hier haben wir die Aufnahmen, die wir eben gemacht haben. Wir haben, das ist jetzt der Clip 3 von 3. Ich tippe hier mal drauf. Und jetzt kann ich mich im Nachhinein tatsächlich hier frei bewegen und sagen, ich will jetzt genau das oder das sehen. Tippe ich hier unten drauf, dann könnt ihr die Clips in dieser Ansicht hier sehen. Wische ich von rechts nach links, kommt ihr wieder raus aus dem Menü. Wenn ich diesen Clip jetzt ausgewählt habe, den dritten Clip von 3 Clips, kann ich auf die Mülltonne hier klicken und dann werde ich gefragt, willst du die aktuelle Datei wirklich löschen? Ich sage ja. Wann sieht das jetzt so schlecht? Hier oben steht jetzt ein 1 von 2 und jetzt steht hier eine 2 von 2. Wenn ihr quasi zwischen den Dateien oder den Clips wechseln möchtet, könnt ihr das machen, indem ihr von unten nach oben wischt. Jetzt bin ich wieder 2 von 2, jetzt wieder 1 von 2 und alternativ könnt ihr natürlich auch die kleinen Dateien in dieser Vorschau hier auswählen. Um jetzt hier rauszukommen, einfach von rechts nach links wischen. Jetzt haben wir noch 2 Pfeile links und rechts. Wische ich von unten nach oben, könnt ihr zwischen dem Standardmodus wechseln, Kameramodus und dem Zeitraffermodus. So ihr Lieben, ich bin im Videomodus, nehme gerade in 5,7K mit 25 Bildern in der Sekunde auf. Tippe ich hier nochmal drauf und wische von rechts nach links, kommt ihr in das Untermenü von dem aktuellen Modus. Da ich gerade im Videomodus bin, seht ihr alle Möglichkeiten, die ihr hier im Videomodus habt. Aktuell bin ich im Vollautomatikmodus, das bedeutet, die Kamera nimmt immer die Einstellung, die sie gerade für richtig hält. Ich kann natürlich auch noch eine Belichtungskorrektur wählen. Das bedeutet, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Aufnahmen immer ein bisschen zu hell sind, dann gehe ich in den Minusbereich. Hier gibt es mehrere Stufen bis minus 4. Wenn ich das Gefühl habe, die Kamera ist immer ein bisschen zu dunkel, dann gehe ich in den Plusbereich. Und wir sehen das schon im Hintergrund, es wird immer ein bisschen heller. Hier unten kann ich den Weißabgleich regeln. Aktuell sind wir auf Auto. Und dann habt ihr hier unten folgende Option. Ihr könnt wählen zwischen Auto 2700 Kelvin und das geht hoch bis 7500 Kelvin. Ich lasse es jetzt einfach mal in Automatik. Hier habt ihr zwei Optionen, nee sogar drei. Das ist der Bildstil der Kamera. Das wäre jetzt Standard. Das hier wäre das Logprofil. Das wäre zum Beispiel interessant für Leute, die Colorgraden, also den Farbton nach der Aufnahme noch bearbeiten möchten. Dann wirkt das, das ganze Bild wird jetzt quasi sehr, sehr matt aufgenommen. Das heißt, ihr müsst später noch den Kontrast hinzufügen, die Farbe verändern und so weiter und so fort. Also eher eine Pro-Anwendung. Und wenn ihr viel Farbe mit im Bild haben möchtet, weil ihr in Schottland spazieren seid und ihr habt eine wunderschöne Landschaft und die wollt ihr später eurer Family zeigen, dann kann ich euch empfehlen, nehmt doch einfach in lebhaft auf. Ich lasse es jetzt einfach mal bei Standard. Tippe ich hier unten drauf, kann ich die Auflösung ändern. Das ist jetzt gerade 5,7K, ist die Auflösung. Und das hier rechts ist die Bildrate. 5,7K, Auflösung, mit 30 Bildern in der Sekunde. Das sind 25 Bilder die Sekunde oder eben 24 Bilder die Sekunde. Nehme ich jetzt eine andere Auflösung, zum Beispiel 4K, habe ich andere Optionen. Jetzt kann ich auswählen, 30 Bilder pro Sekunde oder 50 Bilder die Sekunde. Aber in 5,7K können wir keine 50 Bilder die Sekunde aufnehmen, weil die Kamera das eben nicht unterstützt. Dann gibt es noch 3K und mit 3K können wir mit 100 Bildern die Sekunde aufnehmen. Je mehr Bilder die Sekunde, desto flüssiger ist das Bild und desto schönere Zeitlupenaufnahmen könnt ihr später machen. Ich bin standardmäßig in 5,7K mit 25 Bildern die Sekunde, weil ich auch mit meiner Spiegelreflexkamera 25 Bilder die Sekunde aufnehme. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in den USA werdet, da wäre dann der Standard 30 Bilder die Sekunde und in Europa sind es 25 Bilder die Sekunde. Ich tippe hier nochmal drauf und ihr seht, da öffnet sich ein neues Untermenü. Wir sind gerade im Videomodus, Standard, ich könnte jetzt auch ein HDR Video machen. Das ist ganz interessant, wenn ihr zum Beispiel viele Wolken habt, dann trotzdem auch einiges an Sonne oder ihr habt viel Schatten und viel Licht und ihr wollt ein dynamischeres Bild haben. HDR steht für High Dynamic Range, dann könnt ihr HDR auswählen, nutze ich ganz, ganz selten. Ihr könnt mir ja gerne in die Videobeschreibung posten, falls ihr das häufiger verwendet oder für was oder ob ich noch was vergessen habe. Falls ihr einen Zeitraffer aufnehmen möchtet, könnt ihr unten drauf tippen und dann gucken wir mal. Den würde er jetzt aufnehmen in 5,7K mit 30 Bildern die Sekunde. Und ihr seht, wir haben jetzt keine Option, zum Beispiel den Zeitraffer in 4K auszuwählen mit einer anderen Bildrate. Das ist jetzt eben der Standard, den diese Kamera setzt. Also Zeitraffer werden aufgenommen mit 5,7K Auflösung, 30 Bilder die Sekunde. Gehe ich nochmal nach rechts, kann ich hier wieder auswählen, okay, das Ganze im Automatikmodus oder manuell. Das bezieht sich dann immer auf den aktuellen Modus, in dem ihr gerade seid und das wäre jetzt eben der Zeitraffer-Modus. Timeshift ist noch relativ interessant. Hier habt ihr wieder die Möglichkeit umzuswitchen zwischen den Bildern pro Sekunde und zwar einmal 24 Bilder, 25 Bilder oder 30 Bilder die Sekunde. Aber ihr könnt hier nicht die Auflösung verändern. Also wir bleiben quasi bei 5,7K. Hier könnt ihr nicht zum Beispiel 4K auswählen oder 3K. Timeshift ist ein bewegter Zeitraffer. Das bedeutet, falls ihr zum Beispiel den Invisible Selfie Stick habt von Insta360, also den unsichtbaren Selfie Stick, könnt ihr mit dieser Kamera durch die Stadt laufen und die Kamera nimmt ein stabilisiertes Zeitraffer auf. Sehr, sehr cool für Städtetrips oder wenn ihr eine kurze Sequenz wollt, wo ihr eben einen großen Teil eurer Reise übersprungen habt und das wollt ihr im Schnelldurchlauf zeigen, sehr, sehr cooles Feature. Also ich liebe Timeshift. Ich mache das häufiger, ich habe das auch mit meiner GoPro häufiger schon gemacht und ich finde, das gibt euren Videos so einen gewissen Kick. Als letztes schauen wir uns noch Bullet Time an. Das ist Slow Motion. Dazu gibt es zum Beispiel noch ein extra Tool. Das nennt sich Bullet Time Chord. Das ist eine Kordel, die zieht ihr auseinander. Gibt es für, glaube ich, so um die 15 bis 25 Euro, so irgendwas dazwischen. Schaut mal auf der Insta360 Homepage. Da gibt es dann Zubehör und dann könnt ihr zum Beispiel das Teil unten an der Kamera befestigen, sie durch die Luft schwenken. Das Ganze wird dann in Slow Motion dargestellt. Gefällt nicht jedem, aber vielleicht dem einen oder anderen als kleinen Goodie könnt ihr euch ja mal anschauen. Schauen wir weiter und jetzt könnten wir in den Foto-Modus gehen. Ich lasse es jetzt mal so, wie es ist. Hier habt ihr mehrere Optionen. Oben seht ihr wieder den Akkustand. Daneben die Speicherkarte. Da steht jetzt 999+. Das bedeutet, dass wir mit der Speicherkarte und dem freien Speicher noch mehr als 1000 Bilder aufnehmen können. Um ein Foto aufzunehmen, einfach hier unten drauf tippen. Dann hört ihr dieses kleine Klack und dann wurde eben ein Foto aufgenommen. Ihr könnt euch hier nach wie vor zu jeder Zeit auf dem Monitor bewegen. Hier switcht ihr zwischen den Linsen. Ich kann jetzt noch ein Foto aufnehmen. Und die Kamera nimmt jetzt immer ein 360-Grad-Foto auf. Wenn wir auf dieses 360-Grad-Symbol tippen, dann nimmt die Kamera ein Panorama auf. Quasi jetzt von vorne, was wir sehen. Wenn ihr jetzt euch aufnehmen möchtet, dann könnt ihr einfach zwischen den Linsen wechseln. Und jetzt nimmt die Kamera ein Panorama auf mit dieser Linse hier oben. Ich tippe mal drauf. Schauen, was wir hier im Untermenü haben. Das Bildformat 3 zu 1. Hier ist ein Timer, wenn mich nicht alles täuscht. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir wählen mal 5 aus. Tippen drauf. Ja, also ein Timer. Zum Beispiel, wenn ihr ein Familienfoto machen wollt. Ihr stellt die Kamera irgendwo auf den Tisch. Wählt ein Timer aus von 5 bis 10 Sekunden. Und ab geht's. Dann seid ihr alle drauf. Weiter geht's, um jetzt den Timer auszuschalten. Einfach wieder hier drauf tippen und dann auf Off. Wischen wir mal von rechts nach links. Da gibt es nämlich auch ein Untermenü. Und hier haben wir folgende Optionen. Liebe Kamera, bitte nimm ein JPEG auf plus eine RAW-Datei. JPEG für die Leute, die keine große Nachbearbeitung wünschen. Und in RAW für die Leute, die zum Beispiel zu Hause in Adobe Lightroom die Bilder noch mehr bearbeiten möchten. Die Datei ist etwas größer, stecken mehr Bildinformationen dahinter. Und der Unterschied ist im Grunde hier, eine RAW-Datei nimmt deutlich mehr Speicherplatz. Aber ihr habt mehr Optionen für die Nachbearbeitung. Und wenn ihr einfach nur ein gutes Foto machen wollt, nehmt ihr halt zum Beispiel nur in JPEG auf. Mir würde das jetzt zum Beispiel auch reichen. Ihr könnt natürlich wieder von dem Automatik-Modus in den manuellen Modus wechseln. Ihr könnt eine Belichtungskorrektur vornehmen. Ist das Bild immer ein bisschen zu hell, dann geht ihr in den Minus-Bereich. Ihr könnt dann auswählen, es war nur ein Ticken zu hell. Dann wählt ihr halt Minus 0,5 aus oder Minus 1. Ist das Bild immer ein bisschen zu dunkel, dann geht ihr hier eben in den Plus-Bereich. Ich lasse es jetzt auf 0. Hier unten könnt ihr den Weißabgleich verändern, wie eben im Videomodus auch. Und das war es schon hier im Untermenü. Ich wechsle jetzt wieder das Bild. Jetzt können wir zum Beispiel in 150 Grad aufnehmen. Das ist ein geringerer Winkel. Ich mache jetzt mal ein Bild davon. Das Ganze können wir jetzt auch wieder drehen, und zwar zu uns. Im 360 Grad nehmen wir im 2 zu 1 Format auf. Und hier ist wieder der Timer. Ihr seht, das Untermenü verändert sich auch. Kommt ein bisschen drauf an, wo ihr gerade steht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im 150 Grad Modus aufnehme, haben wir hier wahrscheinlich nach wie vor den Timer. Aber wir haben mehrere Optionen. Einmal 16 zu 9. 1 zu 1. Also Instagram Format. Oder 9 zu 16. Das ist dann ein Portrait Format. Das kann ich auch mal auswählen. Dann quasi hochkant. So sieht es dann aus. Ihr seht jetzt hier rechts und links die zwei schwarzen Rahmen. Ich mache mal ein Bild. Tippe ich hier unten auf das Kamerasymbol, habe ich noch die Option, in den HDR-Modus zu wechseln. Also High Dynamic Range. Viele Schatten. Viel Licht. Probiert es mal aus. Macht Spaß an einem sonnigen Tag, wo auch ein paar Wolken dabei sind. Oder wenn ihr viel Schatten habt. Oder eben viel Licht. Um es einfach anders auszudrücken. Ihr könnt natürlich noch eine Serie aufnehmen. Gucken wir mal, was wir dann hier für Optionen haben. Das ist dann im 2 zu 1 Format. Hier unten habt ihr wieder den Timer. Wische ich von rechts nach links, habe ich wieder zwei Optionen. JPEG und JPEG plus RAW. die Belichtungszeit, Belichtungskorrektur und den Beweisabgleich. Zeigt er mir sonst noch was an? Also es wäre natürlich cool, wenn die Kamera mir jetzt sagen würde, was Serie bedeutet. Also sind es jetzt 5 Bilder die Sekunde, 10 Bilder die Sekunde oder 30 Bilder die Sekunde. Ich tippe einfach mal drauf. Das war jetzt eine Serie. Ich habe nicht mitgezählt. Aber ich denke mal, das waren so um die 7 Bilder. Oder vielleicht ganz interessant, wenn ihr eine Sportübung machen wollt. Ihr springt zum Beispiel über einen Barren oder was weiß ich. Setzt euch dann einen Timer von um die 5 Sekunden. Dann geht es los oder 10 Sekunden. Dann macht die Kamera klack, 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 klack. Und dann habt ihr eine Serie gemacht. Dann habt ihr noch die Intervallaufnahme. Das ist jetzt kein, na wie soll ich sagen, es ist wie ein Zeitraffer. Die Kamera nimmt im Intervall, müssen wir mal gucken, ob man das Intervall auswählen kann. Also hier, ja hier unten, ganz unten könnt ihr das Intervall auswählen. Wenn mich alles täuscht, müssten das Sekunden sein. Das sind jetzt 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Sekunden, 120 Sekunden. Also alle 2 Minuten, wir machen mal ganz kurz 3 Sekunden. Und jetzt nimmt die Kamera alle 3 Sekunden ein Foto auf. Für all die Leute, die diese Fotos dann später mit einem Bearbeitungsprogramm vielleicht noch nachbearbeiten möchten. Zum Beispiel in Adobe Lightroom. Und dann mit einer Software zu einem Zeitraffer verarbeiten möchten. Tipp mal drauf. Vielleicht ganz interessant, wenn ihr die Insta360 ONE X2 zum Beispiel als Überwachungskamera nehmen möchtet. Dann kann ich euch empfehlen, schaltet die LED unten aus. Schaltet den Ton aus. Stellt das Ding vielleicht bei euch irgendwo ins Haus oder im Garten, was weiß ich wo. Powerbank dran und sagt der Kamera hier, bitte alle 5 Sekunden oder alle 10 Sekunden ein Foto aufnehmen. Ihr seht, wir haben jetzt 3 Sekunden eingestellt. Das macht die Kamera dann auch. Und dann könnt ihr später nachgucken, oh, ja um 0 Uhr 23 ist das passiert, um 0 Uhr 26 ist das passiert. Oder ihr könnt natürlich auch einen Zeitraffer draus machen, wie eben schon gesagt. Um das Ganze jetzt zu stoppen, einmal hier unten drauf tippen. Und hier könnt ihr noch eine Nachtaufnahme machen. Was sagt das Untermenü? JPEG oder JPEG plus RAW. Dann könnt ihr den Weißabgleich ändern. Und ihr seht, je nach Modus, ob Foto oder Videomodus, habt ihr unterschiedliche Optionen. Mal mehr, mal weniger. Und bei dem Nachtfoto ist das Besondere, dass die Kamera eben ein bisschen länger belichtet. Und ihr dadurch meistens bessere Ergebnisse habt. Allerdings dürft ihr euch dabei nicht ganz so viel bewegen, weil ihr dann wahrscheinlich unscharf seid. Ich tippe einmal drauf. Jetzt mal zum kurzen Vergleich. Einmal von links nach rechts wischen. Hier seht ihr jetzt... Mensch, das ist ja immer alles hell. Also hier unten drauf klippen. Wir haben jetzt 13 Dateien. Foto als auch Video. Ich muss mal gucken, ob der das irgendwie kennzeichnet. Ob es ein Video ist oder ob es ein Foto ist. Das tut er jetzt zwar nicht. Aber ihr seht hier zum Beispiel, das ist ein Foto. 9 von 13. Wir haben jetzt schon einige Aufnahmen gemacht. Möchten wir das löschen, könnt ihr einfach auf den Mülleimer tippen. Und dann wurde die Datei gelöscht. Jetzt seht ihr... 6 von 12. Sag mal, das Panorama, das hat uns dann doch nicht so gut gefallen. Das löschen wir dann auch wieder. Um aus diesem Menü rauszukommen. Einfach von rechts nach links wischen. Wenn ihr jetzt vorhabt, alle Aufnahmen zu löschen. Weil ihr sagt, hey, ich habe die Kamera jetzt zum ersten Mal ziemlich viele Schrottfotos gemacht. Einmal von oben nach unten wischen. Ins Menü gehen. Unten rechts auf den Schlüssel. Ganz, fast ganz nach unten. SD-Karte. Hallo. Und dann unten auf Formatieren. Und bevor wir jetzt gleich zu unserem Smartphone wechseln, möchte ich noch einen einzigen Punkt euch zeigen, der vielleicht ganz interessant ist. Und zwar ganz unten gibt es den Punkt Star Labs. Wenn ihr die Kamera nachts vor eure Tür stellt, auf einem Stativ oder euren Invisible Selfie Stick und den irgendwie in den Boden reinkriegen könnt, dann nimmt die Kamera ein Zeitraffer auf mit einer längeren Verschlusszeit. Und dann seht ihr tatsächlich den Nachthimmel mit all den Sternen. Und später in der App könnt ihr diese dann zusammenfügen zu einem Zeitraffer-Video, wo ihr wirklich den ganzen Sternenhimmel um euch herum sehen könnt. Genial. Und jetzt gehen wir in die App. Ich habe ein iPhone 11 Pro Max und das Ganze, was ich jetzt mache, funktioniert natürlich auch auf eurem Android-Gerät. Ihr geht in euren App-Store rein und tippt ein Insta360. Geht auf Suchen. Und dann wählt ihr oben die App aus und downloadet euch die. So sieht das Ganze dann aus. Die wurde übrigens neu, ganz neu gemacht. Es gab vorher ganz viele verschiedene Apps. Die sind jetzt alle in einer App drin. Also nicht wundern, dass die vielleicht anders aussieht. Dauert auch ein bisschen mit dem Download. Ich weiß ja gar nicht, warum. Wie viel MB hat die? Geht gerade nicht angezeigt. Doch, hier unten 663,2 MB. Das wird hier auch bei der Gigabit-Leitung einen Augenblick dauern. Und wir sehen uns gleich wieder. Da unten erscheint die App. Da tippen wir jetzt mal gemeinsam drauf. Sorry für das versaute Display. Allerdings wird es jetzt gleich eh eingesaut, weil ich ja auf dem Smartphone rumtippe. Und jetzt werdet ihr direkt gefragt. Darf Insta360 deinen Standort verwenden? Das ist euch überlassen. Meiner Meinung nach verfügt die Insta360 One X2 nicht über ein GPS-Modul. Wenn ihr allerdings irgendwann mal im Dschungel seid oder in der Wüste und ihr wollt feststellen, wo ihr welche Aufnahme gemacht habt, dann kann ich euch empfehlen. Erlaubt es einfach. Insta360 möchte Bluetooth verwenden. Das brauchen wir, um die Kamera fernzusteuern. Und als letzten Punkt, Insta360 möchte ich dir Mitteilungen senden. Die wollen euch jetzt nicht zum Daten einladen, sondern euch vielleicht mitteilen. Achtung, Verbindung zur Kamera verloren. Achtung, Download wurde beendet. Das könnt ihr auswählen, wie ihr wollt. Ich sage jetzt einfach mal, nicht erlauben. Hier sind die AGBs. Da müsst ihr zustimmen. Oder als später. Ups. Jetzt gibt es noch eine Vorschau. Und hier steht jetzt, hast du eine Insta360 Kamera? Yes! Und neues Gerät erkannt. Die Kamera steht nur hier. Ist an. Und wurde direkt gefunden. Und wir sagen verbinden. Jetzt steht hier Bluetooth verbinden. Insta360 möchte sich mit dem WLAN 1x2 blub 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 verbinden. Ich sage verbinden. Jetzt gucken wir mal, was da passiert. Verbunden. Es kann sein, dass ihr keine Mitteilung jetzt gesehen habt, weil ich schon mal mit der Insta360 verbunden war, trotz App-Löschung. Falls ihr doch noch, also falls das nicht bei euch so flüssig jetzt läuft wie bei mir, dann liegt es daran, dass ihr nochmal auf den Display von eurer Insta360 1x2 tippen müsst und quasi die Verbindung bestätigen müsst. Da erscheint dann hier so ein kleines Häkchen, da sagt ihr Ja mit dem Smartphone verbinden, auf das grüne Symbol dann tippen und dann seid ihr verbunden. Schauen wir uns die App kurz an. Das ist die Insta360 App. Hier unten sind die Einstellungen. Ihr könnt euch zum Beispiel einen Account erstellen, mit dem ihr dann quasi all eure Kameras connectet. Ihr kommt direkt hier auf den Insta360 Store. Es gibt sogar ein Forum, falls ihr noch irgendwelche besonderen Fragen habt, die ich in diesem Video vielleicht nicht beantworte. Community-Einstellungen, da müsst ihr euch anmelden für. Ist kostenlos. Technischen Support könnt ihr erfragen. Hilfe-Button-Einstellungen. Kamera anschließen. Ihr seht, das ist die Insta1x2. Und die hat noch 21% Akku. Hier ist der Kameraspeicher. 116,7 GB haben wir noch verfügbar von insgesamt 119,1. Ich könnte jetzt zum Beispiel von hier direkt die Speicherkarte formatieren. Ich lasse das jetzt. Ihr seht vielleicht gerade mein Monitor flickern. Das nervt vielleicht ein bisschen. Liegt aber sehr wahrscheinlich an dem LED-Licht hinter mir. Ich möchte es jetzt allerdings auch nicht zu dunkel machen. Ich weiß, es nervt. Aber da gehen wir jetzt zusammen mal durch. Kamera-Info. Seriennummer. Aktivierter Status. Aktiviert. Der Name der Kamera. Und ganz wichtig. Firmware-Version. Vielleicht ist es ja die aktuelle Firmware. Ansonsten würde ich wahrscheinlich jetzt hier irgendwie sehen, ja, neues Update verfügbar. In den Einstellungen gibt es noch GPS-Fernbedienung. Aktualisieren. Gehe bitte zuerst zu den Bluetooth-Einstellungen deines Telefons, um zu überprüfen, ob dein Telefon mit der Insta360 Remote verbunden ist. Wenn verbunden, bitte wählen, dieses Gerät vergessen. Kann ich jetzt nicht. Ich habe die Fernbedienung nicht hier aktuell. App-Einstellungen. Hier gibt es das Logo, welches eingeblendet werden kann. Leider steht hier nicht drin, dass ihr euer eigenes Logo verwenden könnt. Komisch. Hier ist der Cache. Offizielles Wasserzeichen über Insta360. Hier könnt ihr zum Beispiel den auf Instagram, Facebook oder was weiß ich folgen. Was uns jetzt allerdings interessiert, ist die Kamera, in dem wir unten drauf tippen. Und ihr seht jetzt folgendes. Ganz oben die Speicherkarte. Ihr habt 116,71 GB zur Verfügung. Der Akku ist nur noch 16%. Vorschau ist komprimiert. Ist klar, die Kamera überträgt jetzt kein 5,7K-Bild, sondern in einer geringeren Auflösung, um das Bild eben flüssig zu halten. Ihr seid im 360-Grad-Modus. Das heißt, ihr könnt euch hier jetzt frei bewegen. Wir haben keinen Invisible-Selfie-Stick angeschlossen. Das bedeutet, das Stativ wird gesehen. Die Kamera selber wird ignoriert. Der Body der Kamera. Wenn ihr ein Video aufnehmen möchtet im Panorama-Modus, dann geht das so. 150 Grad so. Und das Ganze können wir natürlich auch switchen in meine Richtung. Ihr seht, die Kamera steht ja noch da. Jetzt wechseln wir quasi einfach nur die Linse. Wenn ihr unten drauf tippt, könnt ihr im Portrait-Modus aufnehmen. Oder eben im Landscape-Modus, ohne dass die Kamera bewegt werden muss. Das ist halt das Coole da dran. Ich könnte jetzt ein Video aufnehmen, in dem ich hier unten drauf tippe. Dann habt ihr auch das kleine Signal gehört von der Kamera. Hier unten läuft jetzt die Zeit. Ich könnte jetzt den Clip markieren an der Stelle. Dann sage ich hier wieder markieren. Und Stopp markieren. Warum? Vielleicht, weil in dem Moment irgendwas Spannendes passiert ist. Und ihr wollt genau diesen Punkt später im Video finden. Ist vielleicht eher interessant, wenn es ein etwas längeres Video ist. Was weiß ich, von 10, 20 Minuten. Und ihr habt keinen Bock, euch das ganze Zeug anzugucken. Sondern wisst, ah, bei Minute 1,23 war doch was. Und dann könnt ihr quasi direkt zu dem Marker springen. Im Foto-Modus könnt ihr wieder zwischen dem 360-Grad-Foto wechseln. Den Panorama und dem 150-Grad. Wenn ihr unten drauf tippt, habt ihr die Option, dass ihr zum Beispiel von dem Automatik-Modus in den manuellen Modus wechseln könnt. Hier über das Smartphone könnt ihr dann zum Beispiel die ISO einstellen. Maximale ISO bei der Kamera 3200. Das wäre jetzt überbelichtet. Ich gehe mal auf 200. Das ist dann schon eher. Ihr könnt die Verschlusszeit einstellen, was ich sehr cool finde. Der weißer gleich ist gerade auf Automatik. Ihr könnt allerdings zwischen 2700 und 7500 Kelvin auswählen. Ich bleibe jetzt mal im Automatik-Modus und gehe hier wieder zurück in den Automatik-Modus. Sorry, automatischerweise abgleich. In den Automatik-Modus. Hier unten im Automatik-Modus habe ich die Belichtungskorrektur. Das habe ich euch ja eben gesagt. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Material ist überbelichtet, dann geht ihr in den Minus-Bereich. Dann wird es immer dunkler. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, irgendwie ist es ein bisschen zu dunkel immer, dann geht ihr in den Plus-Bereich. Ich belasse das mal bei 0. Weißabgleich, WB-Weißabgleich, leicht zu merken. Was habe ich noch für Optionen? Ich kann jetzt auswählen, ob ich RAW aufnehmen möchte. Und hier habe ich die Option, dass ich zum Beispiel ein Intervallfoto aufnehme. Bei dem Intervallfoto kann ich dann das Intervall festlegen, logischerweise. Wie eben auch auf der Kamera gezeigt. Ich gehe jetzt mal in den Standard-Modus. Hier habe ich die Option, dass ich einen Timer auswählen kann. Zum Beispiel 3 Sekunden, 5 Sekunden. Und was ist das? Das ist, glaube ich, so ein Special-Foto. Da nimmt die Kamera die besten Einstellungen, die sie, glaube ich, für richtig hält. Ich tippe mal hier drauf. Generiere Pure Shot. Ah ja, genau so hieß es. Pure Shot. Sehr cool, oder? Auch von der Schärfe hier. Ihr könnt euch jetzt quasi frei im Bild bewegen. Und sagen, ah, cool, was war denn da? Oder, uh, cool, was steht denn da? Ja, das finde ich einfach genial. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, nee, nimm bitte nur das Weitwinkel. Und das hier könnte ich mir, wenn ich genau diesen Teil sehen möchte, dann könnte ich mir das screenshotten. Jetzt werdet ihr gefragt, darf die Insta360 auf eure Fotos zugreifen? Da müsst ihr jetzt Ja sagen. Ansonsten könnt ihr die Bilder nicht lokal später speichern. Hier oben steht jetzt, das Foto wurde ins Systemalbum exportiert. Wenn ihr hier unten seid, dann Color Plus. Was verändert sich denn da bei Color Plus? Sehe ich jetzt gar nicht. Seht ihr da einen Unterschied? Es wird ein bisschen lebendiger, muss ich sagen. Hier bin ich jetzt nach wie vor im 360-Grad-Modus. Jetzt sage ich, oh, cool, das gefällt mir. Davon mache ich mir auch noch einen Screenshot. Ah, jetzt habe ich zu oft drauf getippt. Ich habe jetzt keine Reaktion bekommen. Jetzt wird das Bild wahrscheinlich mehrmals exportiert. Ihr seht hier oben, hier steht es. Das Foto wurde ins Systemalbum exportiert. Da war ich zu schnell. So, Gesichtsfilter. Ich habe jetzt natürlich mein Gesicht hinter der Kamera. Wenn ihr euch beim Schminken aufgenommen habt, dann könnt ihr hier unten noch euer Gesicht aufhellen oder den Ton von eurem Gesicht verändern. Es ist Wahnsinn, was für eine Technik in dieser kleinen Kamera alles drinsteckt. Da gehe ich jetzt mal raus. Das brauche ich jetzt nicht. Guckt mal hier, Augenbooster, Nasengestalten, Gesicht umformen. Was ihr alles für Möglichkeiten habt mit der App. Unglaublich. Ich sage jetzt einfach mal, okay. Was habe ich noch für Optionen hier unten? Filter. Die finde ich übrigens sehr, sehr cool. Das sind so Farbfilter, wie zum Beispiel auch auf Instagram. Ich meine, ich habe jetzt hier eine langweilige Kulisse. Allerdings, wenn ihr draußen seid oder im Urlaub oder hier zum Beispiel Stadt bei Nacht, dann sieht das richtig, richtig fancy aus. Ich speichere das jetzt einfach mal so ab, obwohl es relativ langweilig ist. Einstellungen, könnt ihr zum Beispiel noch die Belichtung festlegen. Kontrast, Farbtemperatur, Highlight, Schatten, Ton, Schärfe. Ich meine, wer einmal mit diesen ganzen Social Media Apps gearbeitet hat, wie zum Beispiel Instagram, der findet sich hier unten sehr schnell zurecht. Wir bestätigen das hier oben auf dem kleinen Haken. Und jetzt kann ich sagen, bitte downloaden. Denkt daran, ihr kriegt jetzt keine Reaktion vom Smartphone. Also es vibriert nicht. Aber hier oben steht dann der Hinweis, ja, wurde ins System quasi exportiert. Gehen wir oben auf zurück. Gehen hier oben mal ganz zurück. Und jetzt seht ihr hier oben, sind wir bei Album. Dann alle. Dann habt ihr hier oben zwei Optionen. Einmal lokal. Das sind jetzt Dateien, die wir in der App gespeichert haben, aber auf unserem Gerät. Dann einmal, das heißt, selbst wenn ihr nicht verbunden seid mit der Insta360 One X2, habt ihr trotzdem die Dateien hier. Das wären jetzt zum Beispiel Videodateien. Das wären alle, die ihr euch markiert hättet. Und das sind die Lokalen. Ich könnte wieder auf die Kamera gehen. Das sind quasi alle Dateien, die wir auf der Kamera haben. Und jetzt gehe ich mal hier drauf. Das Bild ist bei mir lokal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Bilder sehen einfach richtig, richtig sick gut aus. Ich sage jetzt mal, das finde ich eigentlich ganz cool. Das will ich mir nochmal screenshotten, genauso wie es ist. Einmal drauf tippen. Wie gesagt, jetzt kommt keine Reaktion. Und oben steht dann, das Foto wurde ins Systemalbum exportiert. Klickt ihr auf eure Bildergalerie, seht ihr, wir haben hier das Foto. Das hier ist wahrscheinlich mit dem Filter und Pure Shot. Und jetzt seht ihr den Unterschied. Ohne Pure Shot habt ihr deutlich mehr Kontraste drin und es sieht irgendwie ein bisschen dunkler aus. Und hier wurde das Bild schön aufgewertet. Und ihr seht jetzt genau diesen Teil von dem 360 Grad Foto, welchen wir uns abgespeichert haben. Hier nochmal als Weitwinkel, sage ich mal, das sieht ja cool aus. Screenshot. Keine Reaktion, das Smartphone vibriert nicht. Aber oben, das Foto wurde ins Systemalbum exportiert. Galerie. Unten drauf tippen. Und dann habt ihr das Panorama. Wenn ihr dann hier drin seid, könnt ihr das Foto, welches jetzt in eurem Systemalbum ist, natürlich auch löschen von eurem Gerät. Ihr könnt es mit einem Herzchen markieren. Oder, indem ihr da unten drauf tippt, auch an eure Freunde verschicken. Achtung. Ihr seid ja jetzt gerade noch mit der Kamera verbunden. Das heißt, ihr seid nicht im Internet. Um dieses Bild zu verschicken, müsst ihr euch jetzt mit eurem mobilen Datennetz verbinden oder wieder ins Heimnetzwerk einwählen oder vom Hotel oder sonst irgendwas, um das eben an eure Freunde zu verschicken, weil ansonsten habt ihr kein Internet. In der App selber seht ihr hier oben ein Kamerasymbol. Kamerasymbol. Das heißt, das sind Fotos. Hier oben dieses Symbol bedeutet, dass sich die Datei auf eurem Smartphone befindet. Das ist quasi wie dieses Smartphone hier. Ihr seht hier unten die Leiste. Jetzt hat sich, glaube ich, die Kamera abgeschaltet. Und das hier sind Videodateien, weil hier unten steht dann noch die Auflösung 5,7K. Und die Kamera hat sich gerade abgeschaltet. Ja, also der Akku ist leer. Ich lade die Kamera neu auf und wir sehen uns dann morgen früh wieder. So, ihr Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin zurück für euch. Zwar nicht morgens in aller Frische, so wie ich eigentlich vorhatte, sondern eher abends. Wir gehen nochmal die App ein bisschen durch. Wir haben ja schon über den Videomodus gesprochen. Ich kann da nochmal draufklicken. Ups. Ihr könnt auch live gehen. Ja, das geht auch. Ihr könnt euch zum Beispiel mit eurem Facebook-Account einloggen. Reframe live. Was soll das sein? Ah, Streaming-Plattform. Dann könnt ihr auf YouTube-Stream, auf Quai, andere, oder auf Facebook. Habe ich selber noch nie gemacht, aber wenn einer von euch das schon da draußen gemacht hat, kann er gern sein Feedback da lassen, wie es war. Ganz am Anfang habe ich euch ja schon gezeigt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz viele Dateien habt und ihr wollt alle auf einmal loswerden. Einfach hier unten auf die Einstellungen drauf tippen. Kameraspeicher und dann auf Formatieren. Ja, und wenn ihr euch das erste Mal eure Dateien anschauen wollt und zum Beispiel auf ein Video klickt, seht ihr hier diese kleine Vorschau. Da werden euch sehr nützliche Tipps angezeigt. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, das erstmal laufen zu lassen, euch das anzuschauen. Ich glaube, ihr habt eh nicht so viele Möglichkeiten, weil das Ding lässt sich irgendwie nicht stoppen. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf eine Datei drauf. Ist zwar eine relativ langweilige Datei, weil sich hier nicht viel bewegt. Und ihr seht, das Video fängt direkt an. Ich tippe einmal drauf und dann geht das Video quasi in Pause. Wenn ich wieder drauf tippe, geht es weiter. Wir hatten uns in diesem Videoclip hier zwei, drei Flaggen markiert, also eine Markierung gesetzt. Und die werden hier unten angezeigt, wie ihr sehen könnt. Und ich habe in dieser App die Möglichkeit, das Video auch zu schneiden, was ich ziemlich cool finde. Die App bietet euch quasi alles, was ihr braucht, um einen Film zu produzieren. Was schon ziemlich nice ist dafür, dass ihr das alles auf eurem kleinen Gerät machen könnt und dafür nicht eine teure Software braucht, wie zum Beispiel Final Cut oder sonst was. Ich x das jetzt mal oben weg, sage Änderung verwerfen, ja. Ich habe ja hier quasi eine Videodatei, könnte allerdings folgendes machen. Ich könnte zum Beispiel die Tiny Planet Funktion nutzen. Und jetzt steht hier der Hinweis, verringere den Zoom, um das Field of View, also Woff heißt Field of View, anzupassen. Und dann kriege ich hier so eine Tiny Planet Funktion. Ihr seht jetzt quasi meinen ganzen Raum hier drauf. Und so sieht das Ganze dann aus. Multi View würde auch gehen. Das ist quasi eine ganz pfiffige Funktion, denn ich kann hier unten draufklicken auf das Plus und kann dann immer auswählen, was er in dem Moment zeigen soll. Ich kann auch beide Seiten anzeigen lassen. Das ist vielleicht super interessant, wenn ihr zum Beispiel einen Podcast gemacht habt und die Person sitzt euch gegenüber, dass ihr dann quasi die eine als auch die andere Seite zeigen könnt und zum richtigen Moment quasi umswitchen könnt, wo ihr zum Beispiel sagt, ach, da redet nur meine Freundin oder da redet mein Kumpel. Und dann könnt ihr zwischen den Kameras switchen, indem ihr hier einfach unten auf das Plus drauf tippt. Dann wähle ich diesen Bereich aus. Der wird jetzt hier unten gelb. Jetzt sage ich OK. Und jetzt kann ich sagen, ah, bitte zeig mir das. Oder mach es so. Das ist einfach so genial, was ihr in dieser App für Möglichkeiten habt. Wirklich Insta360 großen Respekt. Auch wenn die App manchmal so, zumindest mein Eindruck, irgendwo manchmal ein bisschen hängt, aber mit der Version wurde es jetzt echt schon besser. Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und das ist schon Wahnsinn. Ihr könnt das Bildformat ändern. Ihr könnt zum Beispiel sagen, 16 zu 9, 1 zu 1. Das wäre jetzt hier so ein Instagram-Format. Auch sehr, sehr schick, dass ihr es direkt viereckig habt und sagen könnt, oh, ich will nur diesen Bereich hier sehen. Dann könnt ihr zum Beispiel den Gesichtsfelder anwenden. Allerdings seht ihr mein Gesicht ja jetzt gerade nicht, weil es hinter der Kamera ist. Um da rauszugehen, einfach oben zum Beispiel aufs Häkchen tippen oder halt links auf das X. Musik könnt ihr hinzufügen. Ihr könnt die Geschwindigkeit ändern. Das mit dem Screenshot habe ich euch ja bereits gezeigt. Einstellungsmöglichkeiten hier unten wie auf Instagram, das habe ich euch auch bereits gezeigt. Und wenn ich dann Lust habe, kann ich das Ganze natürlich auch downloaden. Also unbedingt vorbeischauen in dieser App. Ihr habt so viele Möglichkeiten und auch für Leute, die wenig mit Filmschnitt zu tun haben. Wenn ihr die App mal ein paar Minuten benutzt, kommt ihr relativ schnell damit zurecht. Was natürlich eines der Hauptfeatures ist von dieser App, ist das Tracking. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel auf der Skipiste seid und ihr filmt euch und vielleicht vor euch fährt ein Freund, den wollt ihr dann tracken, dann könnt ihr das zum Beispiel in diesem Multi-Screen-Bildschirm ebenfalls machen, Multi-View. Es geht nicht besser und das Tracking ist hier echt der Hammer. Das habe ich auch schon in meinem Video gezeigt über die Insta360 One X2. Die könnt ihr natürlich auch auf meinem Kanal finden. Hallo, das hier ist die Insta360 Studio App. Denkt daran, das Ganze zu aktualisieren. Ich bin hier auf meinem Mac. Ich habe die Speicherkarte aus der Kamera rausgenommen und habe sie einfach über ein Kartenlesegerät mit meinem Mac verbunden. Das hier sind viele Dateien, die wir auch zusammen aufgenommen haben. Ihr seht, ihr könnt die in erster Linie fast nicht so verwenden, außer ihr benutzt eure Smartphone-App. Ich möchte euch kurz zeigen, das hier ist zum Beispiel eine Raw-Datei, die ich mir einfach per Drag & Drop in diese App reingeschoben habe. Das funktioniert so auf der linken Seite dann einfach. Das dauert einen Augenblick. Er sagt jetzt hier, er würde einen Pure-Shot generieren, also etwas bei Low-Light mit einer besseren Qualität. Das war leider bewölkt, sonst hätte ich euch so einen Star Labs aufgenommen. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, diesen Winkel des Bildes zu ändern. Das wäre jetzt zum Beispiel Naturally Flat. Ich könnte Tiny Planet nutzen. Ich könnte Crystal Ball nutzen. Das wäre dann genau das andersrum. Ihr könnt euch hier frei im Bild bewegen. Um das Ganze zu exportieren, einfach hier oben drauf tippen. Dann wählt ihr hier unten euren Ordner aus, wo ihr es hin exportieren möchtet. Zum Beispiel so. Tada. Desktop. Und dann ist das hier exportiert. Eine Videodatei schauen wir uns noch kurz an. Ich möchte euch jetzt nicht die Funktion dieses Insta360 Studios komplett erklären. Das wäre ein Video für sich. Ich möchte euch nur kurz zeigen, welche Schritte ihr machen müsst, damit ihr mit diesen Dateien etwas anfangen könnt. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Videodatei. Die schieben wir uns auf die linke Seite rein. Also ich zeige euch das nur, falls euer Filmschnittprogramm das Ganze nicht unterstützt. Die hatten wir schon importiert. Dann nehmen wir mal eine andere Datei. Und ihr seht hier unten, ihr könnt die Videodatei natürlich auch drimmen. Ihr könnt sie schneiden. Ihr könnt ein Screenshot von dem Ganzen machen. Zum Beispiel von dem, was ich jetzt genau hier in dem Moment sehe. Ihr könnt natürlich hier auch euer Logo einfügen. Und falls ich vorhabe, das Sichtfeld zu ändern, funktioniert das hier unten. Zum Beispiel hier ist die Tiny Planet Funktion. Mit eurem Mausrad könnt ihr rein und wieder raus zoomen. Ihr könnt euch dann frei im Bild bewegen. Und auch als Tiny Planet jetzt exportieren. Crystal Ball wäre zum Beispiel das Natural View. Und ihr seht, das ist so scharf. Trotz der Low Light. Wahnsinn. Ihr seht hier überall die Strukturen drin. Es ist einfach zu krass, was diese Cam drauf hat. Das wäre jetzt Flat. Ich exportiere es gerne nochmal für euch als Tiny Planet. Ne, wir machen lieber Flat. Komm, wir machen lieber Flat. Nicht, dass sich da draußen jemand ärgert. So, als solche Datei, so habt ihr quasi alles drauf, was wir aufgenommen haben. Dann könnt ihr hier oben draufklicken auf Exportieren. Wählt euren Ordner aus. Und dann dauert das je nach Rechenleistung seine Zeit. Ich habe einen relativ flotten Mac. Allerdings selbst bei solchen kleinen Dateien. Kleinen, Anführungszeichen, kleinen Dateien. Das ist ja trotzdem 5,7K. Dauert es einen Augenblick. Tada, da ist wieder der Signalton. Dann, zeige ich euch das noch. So haben wir das Video jetzt exportiert. Und übrigens, Final Cut unterstützt es dann auch. Das müsste ich euch eigentlich als Beispiel mal zeigen. Dass ich das hier eben im Nachhinein auch noch ändern kann. Ich schiebe mir das jetzt einfach mal rein. Das Programm müsst ihr jetzt nicht als Laie da draußen verstehen. Ich möchte euch nur zeigen, dass wenn das einmal importiert worden ist, dass ihr das Ganze noch ändern könnt. Hier steht Transformer... Ne, das war hier bei Ausrichtung. Rein, rauszoomen. Ich könnte jetzt hier alle Funktionen nochmal nutzen. Ich könnte das ganze Bild neigen. Ich könnte den Schwenk hier machen. Ich könnte das auch rollen. Und könnte natürlich hier mit den einzelnen Keyframes sagen, da rollst du, da neigst du. Hier änderst du das Bildfeld. Ich könnte hier auch die Tiny Planet Funktion nutzen und mir das dann so drehen, wie es mir gerade passt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen und Anregungen habt, gerne als Kommentar unter dieses Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet. Deshalb findet ihr auch den Link zu diesem Produkt in der Videobeschreibung. Folgt mir auch auf Telegram und auch auf Instagram. Und gibt es sonst noch irgendetwas, was ich mit euch teilen wollte? Außer danke fürs Zuschauen. Nö. Schöne Grüße aus Frankfurt und bis ganz bald. Tschüssi. Schöne Grüße aus Frankfurt und bis ganz bald.